Hallo, meine Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bulletstorm, Bullet Club Edition. Wir sind mit Ischi immer noch auf diesem komischen Kran oder Größt oder was das ist und wir müssen jetzt erstmal langhangeln. Wir müssen klettern. Das Ding hängt nur noch an einem Arschhaar. Ja. An einem Arschhaar. Das Bröttschabel sieht aus, als wäre es stabil genug. Das werden wir gleich wissen. Das muss halt so an den Händen wehtun. Heilige Mama Maria Gottes, Alter. Okay, wir haben noch keinen Upgrade. Sorry. Da haben wir viele Punkte. What the fuck? Ja, gut, dass wir unsere ganzen... Äh, gut, dass wir unsere ganzen Upgrades schon gekauft haben. Also, es ist da egal. Wir können jetzt schön Punkte sparen erstmal. Okay, mein Aim ist on point gerade. Muss ich ja sagen. Guck mal her. Ja. Muss. Äh, stimmt. Ich hab kein Leertaste gedrückt, um da rüber zu klettern, aber irgendwie... Hat das nicht so funktioniert. Ach, wir haben ne... Ui! Ui! Gute Hits. Nachladen. Okay. Ich hab ne... Facebook-Nachricht bekommen. What the fuck? Chirurg-Cheefment. Okay. Ach, mit V kann ich auch Waffen wechseln. Alles klar. Lass mal hier einmal nachladen. Und... Oh, da. Schade. Oh. Da kommt noch einer. Lull. Okay. Der Hubsrauber von diesem Penner ist beschädigt. Er kommt runter. Wenn wir Glück haben, kriegen wir den Vogel wieder flott und können damit verschwinden. Bist du jetzt glücklich? Erstmal rauf bei euch. Der Schicksal hat mir ein spektakuläres Geschenk in Form von gewaltigem Glück gemacht. Nice. So, ich würd gern jetzt noch mal so ne Versorgungskapsel finden, um, ähm... Da jetzt meine Muni ein bisschen aufzufügen. Werf mich nicht, oder? Ah, ich hab ihn nicht getroffen. Aha, danke. Ist meine Maus-Sensibilität wieder... Weiß ich nicht. Ah, gibt's hier irgendwie... Warte mal. Gibt's eine extra Einstellung oder so? Spiel. Kamerasicht, Feld, Zielhilfe, Zielerfassung. Steuerung. Steuerung. Ne, schade. Vielleicht führt dir diese Höhle zu den Klippen. Ich mag deinen Optimismus. Ja, ich auch. Ich find ihn super. Sieh an, wie riesig das Ding ist. Alter. Ich bin fertig, bis die Umgebung zu bewundern. Ich habe am anderen Ende der Höhle einen Ausgang gefunden. Oh. Ist schon ne Schneekehöhle. So, okay. Ich konnte grad weiter rutschen, als erwartet. Schaffst du es zu verhindern, dass dieser Logik-Code die Kontrolle übernimmt? Dank dir befinde ich mich in einem endlosen Kampf, um die Gewalt über meinen eigenen Verstand zu behalten. Hey, versuch's mit Witzen und Sarkasmus. AIs kommen damit nicht klar. Vielleicht hilft dir das ja, am Ruder zu bleiben. Ist 25 das Maximale am Punkt, was du da bekommen kannst? Ah, wie eklig. Wie? Aber, Muni. Oh, schön. Nice. Oh, ich mag nen Revolver. Revolver ist eine geile Waffe. Au. Spiegelei. Ich nehm dafür lieber die Moni. Gibt's denn Schieben, wenn ich jedes Ei kaputt mache? Gut. Hier geht's nicht weiter. Dank mir, dass du das warst. Dann würde ich lügen. In die Beine, in die Hand. Wir müssen hier raus. Schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Kratzen wir die Kurve. Was immer dieses Geräusch gemacht hat, zieht sich hoffentlich nicht als Mutter dieser Eier. Okay, was es auch sein mag. Es ist sauer. Direkt hinter uns. Werbung, genau. Los, los, los. Ich seh' nicht. Ah, okay. Schade, ich kann hier nicht die ganze Zeit lang rutschen. Das wäre natürlich sick geworden, aber okay, wir müssen unscapen. Aber ich bin der Meinung, das schafft man halt komplett easy. Ich meine, wir haben noch 55 Sekunden Zeit. Wir müssen hier, glaube ich, gleich, wenn ich mich recht in der Sinne, nur nochmal aufpassen. Ne, doch nicht. Ah. Okay. Los, komm. Komm schon. Oh, das macht er, alles klar. Jo. Das wirst du gleich rausfinden. Wir sind zu schwer. Wer wollte schmieren ab? Ich würde ja runterspringen, aber nee. Hä? Ja, 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 ja. Oh, was bist du denn? Kniet nieder vor Heavy Metal. Achievement. Okay. Meine Nase ist schon wieder dicht, ey. Oh, das ist eklig. Aber alles klar, wir haben Dings, das Viech überlebt. So. Oh, wow, 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 ich glaube ja nicht, dass es ihm so gut geht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gar nicht mal so sinnvoll ist, die ganze Zeit die zu verfolgen, weil sie uns ja eigentlich auch die ganze Zeit sehen müsste, oder nicht? Dadurch, dass wir, also sie kann unser Sieg, ah ja, dann Safe auch sehen. Oder nicht? Ah, egal. Zugriff freischalten. Ah. Upgrade... Kriegen wir das alles immer erst? Ich weiß es nicht. Ja, komm, haben wir den Muni voll, ne, würde ich sagen. Kein Upgrade. Wir haben so viel... Da können wir mal die komplette Muni einfach, also überall einfach voll machen. Ähm, ich denke, wir müssen erst noch ein bisschen mehr mit der Waffe fighten, dann kriegen wir die Upgrades, denke ich. Deswegen fighte ich jetzt aber erst mal mit der Waffe. Wie gesagt, Revolver sind eh die geilste Waffe in jedem Game. Okay, passt jedem. Ich liebe Revolver, das ist eine schöne Waffe. Dieser Ort ist riesig. Wer baut denn sowas und überlässt es dann einer Horde von Wilden? Vielleicht haben sie das gar nicht. Alter. Ich will auch so eine Peitsche im echten Leben haben. Lecker. Äh, was? Äh, schein ist gehstatt frei. Achso. Ups. Nein, nicht getroffen. Okay, den hab ich getroffen. Headshot, bitch. Ah, ah, ah. Okay, wo ist denn sie? Da ist einer. Kann man hier einen Eggshot oder so hinkriegen? Headshot. Ist hier nicht noch einer gewesen? Aber die sind alles schon tot. What? Wie ist das denn passiert? What? Ich hab' gerade übersteuert. Ich glaub' ich. Gut bleibt. Wenn du eine Flasche auch nur ansiehst, werde ich dich kalt machen. Oh, ist das eine der zwölf Schritte? Am Ende der Säulen! Okay. Nein, scheiße. Daneben. Mach' dann. Okay. Da. Da ist eine Versorgungskapsel. Ja, Kapazität erhöhen und nochmal Kapazität erhöhen. Ah, erhöhen. Alles klar. Erhören. Und wir haben keine Punkte mehr. Nice. Hä? Hä? Worauf soll ich denn? Hä? Hä? Die Schmetterlinge? Worauf soll ich denn schießen? Ah. 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 Moment. Hä? Oder hiermit? Okay, ich bin verwirrt. Moment. Ich kann mir keine kaufen. Ich hab' keine Punkte. Okay, ich bin ein wenig verwirrt, was ich da machen soll. Aber okay. Dann ist das so. Akzeptiere ich? Nehme ich so hin. Oh, sorry. Oh. Ich muss sie sogar zerstören. Ah. Das ist cool. So, Moment. Hä? Okay. Was sind noch welche? Nirgends. Was ist das? Hier ist nur noch einer hingelaufen, oder? Ich bin noch nicht. Hier rechts? Ja. Der war... Okay. 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 Ich rede von wenig gerade, oder? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie. Egal. Egal. Ich suche gerade die Versorgungskapsel, weil der Gottstand Versorgungskapsel ist nah. Aber ich sehe keinen. Ach, da oben! Äh, nein, nicht die Skillshot-Datenbank. Ich wollte da hin und mir hierfür ein wenig Ladungen kaufen. Und ich muss nicht. Bereit. Ah. Du wiederhst mich an. Ah. Achso, ich muss sie sogar rüber. Okay. Legt sich diese Sicht gleich wieder, bitte. Was ist das? Langsam verstehe WUH Was sind denn noch mehr? Was sind denn noch mehr? Hallo, die Böms Geh weeeeg Okay Nein Oh Mann Es ist leer So, ich gucke hier nochmal kurz alles ab Da zum Beispiel, nice Das will ich natürlich am besten alles finden, ne? Da sehe ich nichts mehr Hier ist noch eine Flasche Hier ist noch Money Ich bin nicht egal, ein wenig Am strugglen Aber das ist okay Ich habe hier hinten auch noch eine Flasche gesehen Oder nicht? Ja, da Ja Ist hier auch noch eine? Ja, kann ich gar nicht rüber Okay Ich habe gerade ein paar Problems mit dem Sehen Oh Junge Das ist so anstrengend mit dieser Sicht Wenn man gerade was gesoffen hat, sag ich mal Im Spiel zumindest Geh Okay Wir müssen auf den Sack Geh weg Ist der andere tot? Ich glaube schon, ja Kein Rhythmus Jetzt würde Uschi Uschi Äh, Ischi nicht vorsprinten Da hinten komme ich nicht ran, okay Junge Ich habe gerade noch Money Nein Ich brauche Money Wow Zwei Zwei Money Das ist nice Wechsle ich erstmal wieder auf die Waffe Ähm Ja, komm Eine Section können wir noch machen, sag ich mal Danach muss ich glaube ich den Part beenden Äh Ja, oder wir beenden jetzt hier den Part Ich glaube das ist eine ganz gute Stelle Ich habe halt relativ wenig geredet Heute diesen Part, ne? Habe ich gerade gemerkt Aber ich hatte auch irgendwie nicht viel zu sagen, muss ich sagen Weil es halt hauptsächlich hier fighten war Aber okay Gut, ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja Wenn ja, bewerte den Part Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Haut rein Ich bin Ich bin Ich bin